Herzlich Willkommen zurück bei Jack Zocked Tomb Raider Underworld, der neunte und letzte Teil der Reihe So, dort drüben liegt der Schatz, da klar Wir sollen mit Anlauf da rüberspringen Dankeschön Herzlich Geheimnis Nummer 4 von 10 hier in diesem Bereich So, dann kommen wir jetzt wieder zurück So Och ne, jetzt muss ich wieder hier versuchen hochzukommen Das wird doch wieder nix Ja Weiß, 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 weiß Mit dem Weib macht man was mit ehrlich Ja, da muss man hartgesotten sein So, Geheimnis 4 Wir wollen das 5. haben Äh Okay Ähm, ja So Doch mal gespeichert, danke dafür Jo Ui Ui Hä Hä Hm 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 Kommt hier irgendwas Warte mal, warte mal Äh Es ist scheiße Es ist scheiße, dass die Geheimnisse so dicht aneinander sind Da liest man immer so Sachen mit, die ähm Wenn man gar nicht mitlesen will Ich glaube hier will irgendwas Lara gleich angreifen Ich wollte jetzt die Pflanze einsammeln So wie bei Gold, wie bei Resident Guck mal hier Jo Finif So, nächster Knackpunkt Jo Hmhm, blab, 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 blab So Wasserlauf Wolken Wasserlauf Okay Drei Tiger, seid ihr irre So, okay Wie wir dort hinkommen Werden wir finden Werden wir sehen So Hehehe Jo Und nun? Äh Gibt's noch irgendwo was? Nö Achso Warte mal Hm Da kommen wir aber nicht weit Was ist hier drüben? Äh Ja, ganz, ganz dreckig hier Ähm Wo können wir hier? Ah, dort oben können wir uns festhalten, oder? Hm Hä? Achso Äh, hopp Bitte Lara, enttäusch mich nicht Hopp, 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 hopp Jo, und nun? Mach da rüber So Dankeschön So, hier hoch Hier hoch Hier hoch Hä? Und hier nimmer Ich seh nix Ich seh nicht Jo, jetzt mal rüber hier Jo, hoch da Na? Scheiße Ich bring sie nicht hoch, weil sie sich Die Beine nicht eher gegen stemmen kann Hier, jetzt kann sie hoch springen Jo, genau Das würde ich mal speichern wollen Stopp Hm Ich weiß gar nicht, ob sie wieder eine Maximalanzahl an Speicherplätzen gibt, keine Ahnung Scheißegal, ich speichere, wenn ich Bock hab So Was haben wir hier? Da muss ich schon sagen 2008, die Grafik, da kann man eigentlich nicht meckern Ja Ich meine, die haben ja großartig damals auch geprahlt, ich meine, das machen sie ja bei jedem neuen Spiel Bei Rise of the Tomb Raider, wo sie hier so rausrennt aus diesem einen Tempel da Natürlich ist ein Unterschied erkennbar im Gegensatz zu hier, aber sehr weit ist der Weg nun auch wieder nicht gewesen Oh Oh Warte mal Äh Wir haben jetzt 5 geheimen, jetzt sehe ich das richtig 5, genau Der sechste wollen wir haben Ja, warte, warte, warte Folgt dem Wasserlauf Okay Folgt dem Wasserlauf Gut, okay Wir müssen erst zu einem Wasserlauf kommen Wir sollen hier runter, oder wie? Ui Kommen wir hier einfach runter? Äh Moment Hä? Schön, dass du solche Sachen kannst, Lara So Und nun? Hier rüber Ich würde da unten den Becher da haben Der da irgendwo, wo war der? Da unten den Und nun? Äh Äh Können wir es jetzt hier runter lassen? Sieht so aus Jo Hervorragend, nimm So Äh Ich meine, wahlweise hätten wir auch runter springen können Und Laras Tod in Kauf nehmen können, aber Wollten wir ja nicht Ich habe Lara schon zu oft umgebracht hier in der ganzen Spielereihe Da ist das Geheimnis drin Da ist das Geheimnis drin Ich bin hier, Alter Mach das mal nach Jawohl Ab in den Rucksack damit Jo, hervorragend Super, super So, Nummer 7 Wand zu Wand Ursprung erreicht Ursprung erreicht Jo, Wand zu Wand Okay Du Tischer Jo, Lara Immer wieder wollen die Tiere essen Jo Jo Von hier sind wir gekommen Oder? Äh Nein Lara Du sollst hier oben dran Kannst du hier oben dran springen? Hm, anscheinend nicht Sind wir nicht von hier grad gekommen? Nee, von da drüben sind wir gekommen, oder? Jo, Wasserverlauf folgen Ja Wir müssen anscheinend hier auch wieder hoch Sehe ich das richtig? Ja, hat auf jeden Fall gespeichert grad mal Jo Ne Doch hier, hä Ne Ne, hier sind keine Schwingstangen Ähm Wir sind auf jeden Fall eher Es sollte so eine Art Medipack sein, irgendwie Probier's das jetzt Medipack und fertig Die Frage ist bloß Wie kommen wir hier hoch? Von Wand zu Wand Ja, wo von Wand zu Wand? Ihr seid witzig Ja, hier nicht Ja, hier nicht Okay Kannst du nicht hoch springen? Jo Ja Ja, gib mir mal was für eine Naheinsicht hier von Lara Ja Ja Ähm Ja Jo 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 Auf zu driften hier, Mensch Jo das problem ist sie springt hier nicht schräg rüber das ist gerade mein dilemma ich wollte hier auf den ddn balken hier drauf da oben will ich hin das geheimnis oder was ist da drüben liegt auf jeden fall irgendwas wir wollen auf jeden fall da drüben hin wir kommen wir hier drüben hin hier rüber ja hier waren wir gerade schon hier hoch und hier kommen wir nicht weiter ich glaube ich weiß wie warum tust du wieder sein wir wollen aber noch nicht hier rüber und da ok ich frage da drüben ist auch noch irgendwas warte 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 nach oben klettern so das ist jetzt geheimnis nummer 7 war das jetzt oder geheimnis nummer machen wir runter hier 7 genau jetzt wollen wir 8 so hangelt ihnen ein weiteres mal nach rechts und hier gehen und lasst euch auf den hangelt euch nach rechts zieht euch dann hier hinauf ich glaube das ist nummer 8 was wir eingesammelt haben wir müssen tatsächlich auf die andere seite oder da drüben hin na 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 hopp hoch mit dir so tja und nun warte mal warte nee 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 da ist wie kriegen wir die jetzt dazu da drüber zu springen sie hangeln sich ja direkt hier rum das ist ein ernsthaftes problem leute das ist nicht witzig 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 leute gut hier sollte also wir sollen also von drüben aus hier hin so aber da erst mal hinzukommen das ist die frage ähm hm ja ja so so hier die waren dort oben da bin ich ja grad runter so mit den wandsprungen nee da bin ich genauso doof wie gerade eben oh man da lauf doch mal mensch so äh kommen wir hier auf der seite irgendwo lang da ist auch noch hier was von hoch her komm so hier irgendwie die richtung irgendwas oder so wo äh wie jetzt warte mal äh äh hangelt euch erstmal äh nur einmal um die Ecke und springt von dort sofort nach links zu dem Vorsprung am nächsten Pfeiler ein bisschen ein dringel Alara sich weder zurück um die Ecke hangelt und das Timing von links und im Sprung muss daher sitzen was warte mal warte mal warte mal äh äh hangelt euch erstmal und von Wand zu Wand ist ja nicht so gelingen denn im Sprung erreicht hangelt euch hier erstmal nur einmal um die Ecke die Ecke die Ecke wahnsinnig so hat sie die Geheimnisse jetzt alle gespeichert sieben so jo ok ist trickreich sagen sie ok oh man denn einmal hab einmal zu viel gedrückt genau so soll's sein ja nun achso nein genau die andere Seite jawohl hat er gewusst dass das dieser Vorsprung war aber ich wüsste nicht dass sie trotzdem nach links rüber springen kann bevor die sie bevor sie sich rüber hangelt jo jo äh hier soll irgendwo ein Gefäß stehen hört doch hier unten oder halt direkt das Ding liegen genau das ist Geheimnis Nummer 7 das da drüben war bereits Geheimnis Nummer 8 jo wir wollen jetzt aber noch Geheimnis Nummer 9 und Nummer 10 haben jo 8 ja 8 haben wir ja Tempel Eingang Digga auf die Suchen hinaus ok hey was hm ok noch irgendwas hier nö gut da haben wir jetzt Geheimnisse wie gesagt 8 Geheimnisse jo hervorragend eh ich bin ja wohl Lara hier einzumachen wenn dir einer Lara dumm anmacht dann bin ich das weißt du das jo du sollst hier rüber verdammt doch mal wie spring dich rüber wir müssen wieder von unten verdammte Scheiße ich meine wir wissen ja inzwischen wie wir rüber kommen aber jetzt ist die Frage wie kommen wir hier runter jo ja so nun ja boah ich hab nichts gesehen so aber jetzt jetzt kannst du hier weiter jetzt kannst du hier weiter gehen so und jetzt nach hier oben Lara ja das ist ja oft zu dumm zu machen langsam reicht es mir mit dir ich will die Scheide unten oh halt da äh wie war das jetzt achso so vorsicht dass ich nicht zu viel drücke das hatte ich ja vorhin schon mal jo hopp so und hier rüber das Geheimnis Nummer 8 hatten wir ja schon eingesammelt oh ich brauche hier drüben noch was guck mal jo ich weiß gar nicht wie viel Medipacks ich jetzt eigentlich habe man könnte mal reingucken hm oh komm mal hoch hier ja dankeschön machst du doch gerne die Gegner mit Kopfschüssen ausschalten warte 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 nochmal 9 oh man naja kriegt naja kriegt naja unter hm Tischer große Tischer wo sollen wir hier ja nach da drüben und drunter durch jo ok Lara mach mal hier auf mal geknickst zu machen jo was möchten sie ja jetzt Rockshut anbringen visieren sie ja das bringt mir noch nicht viel hier ich drücke die ganze Zeit ausweichen hier aber solange sie sich durch die Ecke drängen lässt um so ein umgeschmeißig das ist furchtbar ok x Okay mhm Stufen hoch haben die gesagt äh drei Tiger laufen wir auf die Stufen hoch zieht euch noch vor Ende auf das Geländer links vor Ende Geländer links vor Ende Geländer links aber nicht hier oder doch oder oder das ist so gewollt nee müssen wir gucken wo ist das wo jetzt hier kommen wir doch wieder runter ach nee waren wir hier schon mal wir sind schräge auf jeden Fall da drüben was ist das da drüben dort müssen wir hin okay sie sollte dort auf den Schwingstab haben wir noch alle ja okay als wusste ich dass das wieder sonst wie kompliziert wird hier warte 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 jetzt mach doch mal schön dass sie sich automatisch festhält hier unten noch eine Kante ja nein okay ich sehe wo wir hinwollen wo wir hin sollen so geheimnis Nummer 9 haben wir hin gesammelt dann gucken wir noch mal den Knackpunkt für das zehnte äh nach Pol Pogavi ich nehme diese ab Miesche okay das Problem ist jetzt wieder dorthin zurück zu kommen wo wir gerade hergekommen sind das ist ja praktisch das ist ja nett so dann können wir jetzt weiter gehen schaffen wir das Level noch in der Folge ich weiß es nicht ich bin der Flatter Mäuse ich meine ich bin ja froh wenn ich Lara mal ein bisschen näher betrachten kann aber zu nah dass wir nicht sehen muss es auch nicht unbedingt sein oh hilf mal rum hier komm und nun da rüber also jetzt werden sie alle Geheimnisse wieder mit 9 von ja okay warte 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 Spinnen okay wenn wir von Spinnen attackiert wurden danach müssen wir aufpassen so vorher können wir hier frei von der Leber weg hier rumspringen insofern Lara sich mal hier an meine Anweisung halten würde das ist nämlich Hauptkritikpunkt hier mit der Frau du sollst da drüben drauf springen Lara ist denn das so schwer einfach mal gerade auszuspringen wenn ich gerade ausdrücke ich drücke gerade aus Kerzen gerade nach vorne mit dem Stick und ihr seht das das Weib springt nach rechts das hatten wir hier bei äh äh Anniversary schon das hier da sollten wir auch nicht so über die Säulen springen auf die Säulen springen und ich drücke gerade nach vorne und die springt nach rechts nach links weg das wir machen das jetzt mal auf die nee wir machen das jetzt mal so ja nee das ist wahnsinnig das nee andere Seite Lara ja na ich hab's hoch mit dir aber jetzt müssen wir auf Lara Jahn zu naken links irgendwo irgendwas mit links so stopp so jetzt müssen wir noch mal gucken aber wir sind durch für heute ich bin ihr gebt euch die linke an okay gut okay äh noch mehr Alter so Lara mein geiler Schatz so wir machen Schluss für heute Lara ich hasse dich ähm gut ich hoffe das ganze Dinge hat euch doch gefallen belastet mir sogar ein Abo da wäre wunderbar ich würde mich freuen und sehr unterstützen und natürlich sehr motivieren so ähm danke schön fürs Zusehen guckt auch mal in die anderen Projekte ähm Risen 3 und äh äh Risen Zero Dawn aber danke schön fürs Zusehen und ciao TU Da 65 so es ist oder draußen Esper das ist iled oder in Tony eben e sehr sind tan sind Vielen Dank.